dahinter die flasher immer hinterm holzen ich gucke mal hier da kann ich ja gar nicht durch oder hinten am ende der kassen dann gehe ich da lang ich sehe einen ja die feindlich dahinten gehört komm komm zurück komm zu mir drück? ja komm den weg den ich gegangen bin ok ja aber ich wollte sonst umgehen ja komm gesprintet lenkt die warte ab ich hab einen ich hab glaube ich beide, ich hab beide, glaube ich ich seh dich beide full equipped aus der hölle glaube ich was? sehr lustig, sehr sehr lustig immer links gucken was hier so abgeht aber nicht mit scafes jetzt oder was? ne ne die waren sich untereinander vorhin hier liegen drei spielerloge voll die leiche ja Flo wo bist? ich bin in interchangedart mann, als headschling boah den dicken ruck kannst du ja mal gleich gönnen ohhohoho das ist die dickste waffe alter dickste waffe? hast du dich gekillt oder was? ja der hat gerade zwei Leute gekillt der kenne ja hier im idea im hellen licht hinten drin waren die sich am fighten deswegen waren die gut abgenannt glaube ich ne diese SA hat der hier die bitcoin oder? ne ich glaube sogar noch ne krassere kann ich mir auch ein nehmen oder soll ich hier so? ja nimm dir auch auf jeden fall irgendwas so ein, boah was hat der denn im rucksack? wenn der nicht reinpasst, was soll der denn? Wasser achso warte mal Doctick ok bei irgendeinem russen ne kondensmilch hat der typ gehabt ne kondensmilch hat der typ gehabt nimm dir noch den dicken rucksack hier von dem wenn du willst ne? ich hab einen trisip von der oder? ja aber der hat noch einen größeren hier noch größer ok der hat noch ein halbes saliva wenn du das möchtest in der weste ne wurscht nicht ach den noch, den siehst du ja gar nicht weil der ja nach unten guckt in den boden holy moly ich möchte ja Pan-Killer sein ja kriegste von mir auch ich hab Morphion logo ich hab mich ja eh nicht getroffen oder so pfff Pan-Killer wolltest du? kriegste? ne brauch ich nicht, brauch ich nicht ja ne 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 warte Morphion kriegste zu ja ok ich weiß weiß ich wo das andere ist aber ne egal komm lass halt mal hier raus ja Porn ist ein PlayerKEV mhm ich hab ihn & eieieieieee lass mich ihn doch als Waffe eigentlich nehmen alter soll ich die SKS hier mitnehmen? die ist von dir ne? ja nimm die ruhig mhm sonst war hier nix mehr nur ne Mause mitgenommen ich hab die Pumpe und Mause schon passt ja der Recoller von dem dicken ist voll krass die Waffe ist noch im Wacken Grün und rot, ja geil. Kreuzverwalt. Ich wusste es, ey. Hier liegt auch noch ein toter Spieler. Boah, weg. Oh nein, hier drin ist auch noch einer. Hast du? Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, ist noch einer. Ich komm raus, ich komm raus, ich komm raus. Weg, 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 weg. Dreck weg. Die Ecke ist ja mega heiße. Da waren noch voll viele drin. Ich hab's, ey. Lass einfach abhauen, komm. Ja. Komm, Alter, ich hab keine Ausdauer, verkackte Scheiße. Die kommen, die kommen, glaube ich. Wie? Komm, ich renne. Ich kann nicht rennen, ich hab keine Ausdauer. Wieso? Lauf, wenn du kannst. Also ich hab... Wieso hast du keine Ausdauer? Ja, keine Ahnung. Da waren noch... Zwei Spieler waren noch in dem Ding drin und hinten lag noch einer. Und ich bin da irgendwie drin rumgehüpft und hab's irgendwie überlebt, Alter. Ja, da ist einer. Ratatatatatatatam. Und dann läuft der weg, sehe ich. Ah, da ist noch einer. Ratatatatatatam. Einer hab ich halt gecaled, so. Ich war noch so am Nachladen und hab aus Versehen meine Waffen noch auf Single gestellt. Ich bin so am Nachladen. Ich bin so am Nachladen. Fuck. Fuck. Wow. 23,00 00. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist auch wieder so ein Moseling, Alter. Da hinten ist einer beim ON-Truck. Meine Haufen schießt nicht. Ah, mein Gott, nein, nein, irgendwas inkompatibel. Oh, zwei, zwei. Oh, okay. Oh, Gott. Ey, das ist so... Da war irgendeine inkompatible Kacke drin, Alter. Na, krass. Lass mal hier zurückziehen, komm. Oder bleib du mal vielleicht da. Ich geh ein bisschen mehr. Ja, schon zu spät. Spät. Aber ich kann hier peaken wieder. Okay. Boah, diese scheiß Platten auf dem Boden. Fucken hart. Oh. Okay, holy shit, Alter. Ich schieß einfach mal ein bisschen zum Ablenken. Ja. Monster-Lag, Alter. What the fuck? Holy shit. Oh, leert, Alter. Lebst du ja noch mal. Mhm. Oh, Junge. Ey, jedes Mal hab ich Pike des Todes, Hänger. Ich geh mal hier oben drauf, vielleicht. Nee, ich hab's noch... Smacks auffüllen, Alter, weil ich so inkompatible Kacke hab. Ich hab einen, glaub ich. Ich hab, glaub ich, kann sein, dass ich beide hab. Als ob. Ich hab vielleicht beide. Ich pushe hier runter mal. Aber nicht safe. Die sind auf jeden Fall beide verschwunden. Ich bin bei diesem ON-Truck wieder, ne? Ja. Wo waren die das letzte Mal? Hinter dem ON-Truck. Also an der Motorhaube vorne. Ich seh auf jeden Fall eine Leiche. Ach man, hätte ich besser dieses Mech nicht aufgesammelt. Hätt ich den gut drücken können. Ja, das ist mies, wenn man so einen Mech mit falscher Monie hat. Ja, ich konnt's halt reinladen, das hat so Eco-Monie drin irgendwie. Wusste ich halt nicht. Okay, von mir ist es, können wir? Ja, ja, komm. Wo bist du? Ja, hinten bei dem ON-Truck. So, ich bin hier halt an der anderen Mauer. Ja, ich komm mal durchs Loch lang, ne? Ich seh da jetzt grad irgendwie keine Leichen am Mauer. Doch, doch, unterm Auto konnt ich eins einsehen. Meine ich zumindest. Hier kommst du. Doch, da liegt doch was, ne? Lass mal hier lang gehen. Ja. Einer liegt da safe. Ja. Ja, Mann, da liegen beide. Ja. Ah, nice. Ah, geil. Okay, nice. Das wär kackt, Bratschen, Alter. Hatten die beide keinen Helm, oder was? Doch, die waren beide ziemlich vollgequill. Ah, krass. Ah, okay. Ich schmeiß mal die Mosin weg. Oha, Alter. Äh, ja. Deck mal kurz, ja? Lass mich erst mal ein... Also, ja, ja, okay. Oh, nein! Ah, ja, natürlich. Ach, Åh, monumental. Dankeschön. Okeano Otto. Vielen Dank.